Der ist da links. Irgendwo. Noch ein BG, Alter, noch ein BG. Was? 13. Uh, ich bin ganz schön kurz, aber... Ich komme da an die Hütte, glaube ich. Ja, dann versuche ich auch auf der Leinwand zu landen. Okay, dann dürfte es wahrscheinlich gar keiner dabei sein. Ich lasse den unten oben. Also, die haben die nicht mal auf Stummen, ey. Krass. Zwei BG's. Ich habe einen. Also, ich bin voll. Ja, du bist schon voll, ja. Ich habe noch ein Indie über. Dann kannst du einfach die BG's nehmen. Ja, mach ich auch. Hier ist noch einer. Ja, ich nehme bitte. Ja. Okay, also meine Waffen sind schon ganz gut. Ich habe alles grün. Tag zumindest und Raketenwerfer in Gold. Aha. Zwei BG's habe ich auch noch. Da hier irgendein rosa Sportwagen steht, ey. BG? Schlagen. Ja. Meist mal her. Ja. Kobi-mäßig. Ja, gut. Alter, ja. Hier ist noch eine. Hier ist noch ein BG, den ich mitnehmen kann. Alter, WTF. Schon zwei genommen. Ich hatte auch schon einen. Ich habe mal mit dem Raga irgendwie elf Stück gefunden, alter. Das war so krank. Ja, das war übel. Warst du dabei? Ich glaube, da war ich nicht mit dabei. Oh, nicht. Ist noch einer, alter. Das ist ein Maul. Ja, Digga, nehme ich jetzt auch mit. Die ganze Zeit hier. Bei mir im Haus und in der Treppe. Ja, jetzt denke ich, mini so ein Ding ist halt, ne? Ja. Ey, wenn du keine Minigun oder Sniper haste. Oh, jeden auch noch mal mini. Ja, ich habe vier bisher. Ich mache da meistens gleich immer nur eine Kiste auf. Ich bin schon gelootet und habe. Ja. Noch einer, Alter, jetzt reicht es aber langsam. Ist auch frei. Die Mini kannst du auch noch mitnehmen, die ich markiert hatte. Ja. Eine P liegen lassen können. Oh, das ist noch mal mini. Ganz voll. Ah, ein Halter kommen. Ja. Ja, ey, ich nehme die Milchweiz auf die MP. Hast du auch vier? Ja, ich nehme die Milchweiz auf die MP. Ähm. Ich nehme die. Alter, hinter uns. Ich pimmel uns das nicht ernsthaft an, ey. Ist das von wo? Ey, das in die Zone gehen, oder? Von das zwei Gegner? Da hat auch noch Minis gehabt. Der war... Wie viel brauchst du noch? Ja, scheiße. Ich bin ja gleich rüberwerfen. Zwei. Zwei. Ja, ich hatte nur einen dabei, egal. Ja. Ich schätze... Wenn Minis drei Biggies und du hast sechs Minis drei Biggies... Dann... Ja. War wieder kein Greenlight. Minis, dann kannst du voll stacken. Ja. Hier ist noch ein Biggie. Voll. Alter, jemand hatte 330 Steine dabei gehabt. Aha, ist ja schon mal was. Ja. Dann schmeiß du dir jetzt den ganzen Weg mit. Hehehe. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Nein! Okay, lass mal mitziehen. Das könnte der Rekord sein. Warte, du hast zwei getrunken. Ja. Ich habe einen getrunken. Sind wir bei drei. Ich habe drei Stück dabei. Ich habe drei dabei. Und hier liegen drei rum. Ja. Die wir rum jonglieren. Ja. Haben wir zwölf, oder? Ja, alter krank. Gib dir das hier. Wie die alle drei hier am... Am Hang rumfliegen, ey. Ich habe zwei nach oben. Ne, alle drei. Alter, die liegen alle da oben. Ich kann nichts mehr aufheben, weil ich die Laye habe. Alter. Ah, fuck. Alter, ich habe meine Air aus Versehen. Ich habe nichts gedrückt. Oh. Alter, ich habe die, die nicht mit dem Back runtergerutscht. Der hat einfach drauf, man. Der ist da links. Irgendwo. Noch ein BG, alter. Noch ein BG. Was? 13. Unnormal. Die beiden einfach noch den Back runtergekullert. Die... Das größte Schwitzer-Team wird noch gar nicht eingespielt. Die haben auch fortgeschossen bislang. Die freuen sich auf das Healing. Irgendwie lustig wäre das eigentlich, wenn wir 13 BGs auf die Gegner werfen. Ja. Äh, ja, hier. Alter, ich habe nur noch zwei BGs, das ist hier ärgerlich. Oh man, ey, das ist aber ich... nur wegen den Spaß dies, Mann. Ja. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt deswegen ohne Witz, ey. Da ist auch eine Kiste hier unten, vielleicht noch BG drin. Das wäre Sache, Alter. Boah, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Alter, der ist verschwunden. Hä? Was? Hä? Der Heli ist weg. Ja. Der ist wahrscheinlich unter dem Back gepackt oder so. Keine Ahnung. Alter, der ist eben einfach verschwunden, ey. Was? Da wolltest du extra einbauen. Damit er nicht abgeschossen wird. Hat aber eh nicht mehr viel. Es sind noch Minis. Du für eine Party Station, ey. Noch mal Minis. Sonst ist noch eine blaue MP, aber... Jetzt wirst du das denken liegen lassen. Noch mal Minis. Ich dachte mal die Biggies liegen. Zwei und nimm die MP mit. Irgendwie ich clip das Game komplett. Und dann... Was? Jedes Mal, wenn wir irgendwelche Schilder finden. Guck mal, da bauen welche. Die 6 zum Nippern. Aber es sind wahrscheinlich die letzten 2. Zwei. Zwei Hits. No way, Alter. Doch. Dann ein zweimal gehittet. Links. Ja. Nochmal gehittet. Hier, der Sniper. Wir sollten snipen, Alter. Bis der Schuss da ist, hab ich was gebaut. Alter, ich geh hier runter. Ich geh schon mal in Richtung Zone. Ja, Jumped. Das war nice. Ohne Spaß. Kannst du dir gönnen. Oh, nice. Ich hab nur ne Grüne. Und noch ein Biggie. Haha. Wer hätt's gedacht. Oh, Jumped genommen. Beide. Beide. Ist der Klaus der rechts bei dir? Ja, geht da. Ich hab den gecrackt. Ja, der ist ja. alleine hier. Der andere ist weiter hinten. Ja, lass den pushen. Sit down. Was war denn das für ein Move, Alter? Da haben sie sich gespielt. Der andere ist über uns. Fast down. Also er, ich und er auch. Ich... Ich... Ich nehm erstmal... Ah, okay. Er hat nicht mal zugebaut, der Idiot, Mann. Keine Ahnung, was das für ein Game war, Alter. Äh, sau merkwürdig, holy shit. Tabellen auf! Auf. Du. Auf. 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 Auf.